In der Ostsee ist ein Fährschiff mit 429 Menschen an Bord auf Grund gelaufen. Nach Angaben der finnischen Reederei Viking Line wurde niemand an Bord verletzt. Die Passagiere wurden über Nacht in Kabinen untergebracht. Das Schiff Grace war bei starken Windböen auf dem Weg von der schwedischen Hauptstadt Stockholm zum südfinnischen Turku, als es vor einer Inselgruppe auf Fels aufsetzte. Das Schiff wurde am Vormittag in einen nahegelegenen Hafen geschleppt. Untertitelung des ZDF, 2020